Auf jeder Riesenfete gehören sie dazu und sind mit all den Superstars aus Hollywood-Berdu. Sie sonnen sich auf Yachten und shoppen in Paris. Ich kauf in Billigladen, das find ich ziemlich mies. Wie werde ich ein Luder? Wo kann man das studieren? Oder lernt man das vielleicht? Ganz einfach durchprobieren. Oder gibt's ne Uni für die Luderlogie? Wie werde ich zum Luder? Jetzt hat mir endlich viel. Sie wohnen in Las Vegas, Marbella San Tropez. Ich träum von einer Hütte bei uns am Parkersee. Selbst bei der Oscar-Gala, da sind sie live dabei. Ich sitz zu Haus bei Popcorn und die dort erste Reihe. Wie werde ich ein Luder? Wo kann man das studieren? Oder lernt man das vielleicht? Ganz einfach durchprobieren. Oder gibt's ne Uni für die Luderlogie? Wie werde ich zum Luder? Jetzt hat mir endlich viel. Wie werde ich ein Luder? Wo kann ich denn das studieren? Ja, am besten ist, ich tue es einfach mal ausprobieren. Wie werde ich ein Luder? Wo kann man das studieren? Oder lernt man das vielleicht? Ganz einfach durchprobieren. Oder gibt's ne Uni für die Luderlogie? Wie werde ich zum Luder? Jetzt hat mir endlich viel. Mensch, wie werde ich zum Luder? Jetzt hat mir endlich viel. Mensch, wie werde ich zum Luder? Jetzt hat mir endlich viel.